Hallo, grüß euch. Mein Name ist Andreas Jäcksmeier, ich komme aus Oberösterreich, bin der amtierende Sommeliersstaatsmeister und ich bin heute eingeladen auf der Domine Böttelsdorf, um die Weine zu probieren. Ich würde euch einladen, folgt mir und schaut euch mit mir an und hört mir zu, wie die Weine schmecken. Bis später.